Musik Ja, wir sind heute an der Universität in Bern, Uni SIS heisst das hier, oder Uni S, Entschuldigung, Uni S. Wir haben heute setziert, den Herrn Adrian Wüttrich zu treffen von der SP. Wir wollten fragen, wie die Schweiz jetzt Wahlkampf macht für die Nationalratswahlen, die jetzt am 20. also am Sonntag in der Schweiz stattfindet. Freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen und uns das kurz mal schildern können, wie macht ein Schweizer Sozialdemokrat, heisst ihr ja, Wahlkampf. Ja, herzlich willkommen an meinem Anlass, wo ich Rede und Antwort stehe, den Leuten. Ich habe die verschiedenen Anlässe zum ganzen Kanton gemacht, vom Land bis in der wochen Stadt. Und ich gehe an verschiedene Anlässe, die ich organisiert habe und einlade dazu. Es sind 28 insgesamt, eine Tour der Bern, also eine Tour durch den ganzen Kanton Bern mache ich, wo ich jeden ehemaligen Amtsbezirk durch besuche, auf den grössten Ort meistens. Und dann bin ich für eine Tour der Bern und stehe, von Bern und Antwort. Interesse wird ja gross, nehme ich an. Oder wie viele Leute kommen zu einem Schnitt? Es kommt darauf an, wie stark wir Wärmung machen für den Anlass. Ich probiere einfach halb mit dem Inserat, dass die Leute sehen, ah, der kommt sogar vor Ort. Das zeigt, dass man ein Interesse hat da für die Region. Und ich werde mich noch überraschen, was Parteikolleginnen und Parteikollegen daraus machen. In meiner Zeit war es gerade im Kanton Bern Ferien, das hat man natürlich auch gemerkt, an der ÖB, dass da nicht so viele Leute unterwegs gewesen sind. Aber trotzdem hat es ganz viele interessante Begegnungen gegeben. Ich habe einmal gelesen, dass die Schweiz ein relativ mit kleinem Wahlkampfbudget operiert, wenn man es mit dem Ausland vergleicht. Können Sie ungefähr eine Größe noch nicht sagen, sind Sie unterstützt worden von Ihren Parteikollegen oder von der Zentrale oder müssen Sie das selber finanzieren? Ich habe einen Arbeitgeber, das ist der zweitgrösste Dachverband der Arbeitnehmenden. In Deutschland ist es ein deutsches Gewerkschaftsbund, in der Schweiz haben wir ein schweizerischer Gewerkschaftsbund und Travai Suisse. Ich bin als Präsident und Geschäftsführer von Travai Suisse und habe da eine gewisse Unterstützung, die ich nicht alles selber zahlen muss. Sehr viel ist schon noch selber finanziert, auch mit Leuten aus dem Umfeld, wenn man kleine Spenden zahlen. Und als bisheriger Nationalrat tut man natürlich auch noch selber etwas in der Stiere, die kommt. Also ich glaube, die Schweizer sind da sehr kosteneffizient. Sehr, also wenn ich sehe, dass ich da ganz kleine Traubenzückel verteile mit meinem Namen, weil es nicht so teuer ist. Oder für diese eine ganz kleine Visitenkernchen, grosse Taschenkalender, die natürlich draufsteht, Adrian Mütrich zweimal auf der Tiste. Und so geht das wunderbar. Kann ich auch euch mitgeben. Das passt in mein Vorponet. Das ist immer da. Genau. Vor dem Bahnhof in Bern haben wir ein bisschen geschaut, was die anderen Parteien so machen mit grossen Plakaten. Ein Plakat hat mir ziemlich imponiert. Nur gezeichnete Köpfe. Also überall ist der Kopf drauf. Und dann hat er gesagt, was wollen wir mit diesen vielen Köpfen? Wie haben sie das wahrgenommen oder wie könnte man das interpretieren? Was ist die Aussage davon, dass eigentlich der Kopf gar nicht mehr eine zentrale Rolle spielt? Oder sind es doch die Köpfe, die gewählt werden, weil sie ein Umfeld haben von Förderern, von Leuten, die sie kennen und sagen, den hätten wir gerne im Nationalrat. Ist das noch so? Es lebt natürlich von Köpfen, solche Wahlen. Und es ist aber so, wir haben Proportswahlen bei den Nationalratswahlen für das Parlament. Und hier ist es natürlich schon wichtig, dass die Partei, weil man so viel Stimmen hat. Und wenn eine Partei sagt, es ist wichtig, dass wir als Partei gewählt werden, dann müssen die Köpfe natürlich nicht so prominent in den Vordergrund rücken. Auf der anderen Seite wollen die 24 Köpfe pro Liste, die wir haben im Kanton Bern, dann ist es natürlich so, dass wir nicht in den Köpfen, nur dass es zu viele Leute erreicht, zu viele Wählerinnen und Wähler dazu bringen können, diese schwächende Liste runterzulassen. Also man muss ja die Partei selber wissen, wie sie das machen wollen. Dann haben wir ja immer bei den Proportsverfahren, dass eigentlich pro Partei die Anzahl Stimmen nur die ersten x Listeplätze dann natürlich eine Chance haben, in den Nationalrat zu gehen. Sie sind sehr wahrscheinlich ein wenig im oberen Drittel und haben eine Chance, in den Nationalrat zu gehen. Wie nehmt ihr das Ihre anderen Liste bei den Mitgliedstaaten, die dann sagen, ja ich bin ja nur auf der letzten Liste-Linie und habe sowieso keine Chance? Heute ist unsere Zeitung der Punkt, eine Zeitung von hier, von Berniger, eine interessante Analyse von den letzten Wahlen. Da bin ich mit dem Listeplatz 23 auf eine Liste, auf den Schluss Rang 5 gekommen und habe letztlich jetzt von dieser Legislatur nachherrutscht, schon jetzt im Nationalrat. Und weil meine Partei jetzt die bisherigen Nationalratsmitglieder auf die ersten Listeplätze tue, bin ich jetzt mit weh wie Ludwig an dritter Stelle in diesem Rennen und hoffe, dass natürlich kurz bleibt nach der Wahl und hoffentlich so gewählt werden können. Aber es ist im Kanterbein nicht so relevant, wo man ist auf dem Listeplatz. Es gibt nicht so eine Hähmung, wo man sagen kann, es ist so entscheidend. Ich bin beispielsweise im Kampf von Zürich. Ich schreibe ja Wirtschaftsbücher, habe ich kurz erwähnt. Dort habe ich immer recherchiert, was im Ausland läuft. Die Schweiz ist bei mir in den letzten 30 Jahren nicht so auf dem Fokus gestanden. Ein deutscher Bundeskanzler, Gerhard Schröder, hat einmal den Satz erzählt. Deutschland sei so hoch verschuldet, es ist nicht regierbar. Was schliessen Sie für solche Sätze? Ich möchte in Deutschland nicht qualifizieren, aber in der Schweiz haben wir natürlich mit dem System der Schuldenbremse etwas institutionelles, das uns dann hindert, bei uns Politikerinnen und Politiker zu viel Geld auszugeben. Entsprechend kann die Schweiz gar nicht mit Schulden reinrutschen, und wir können weniger Geld ausgeben, als es bisher gar ist. Die Aussage von Herrn Schröder habe ich damals so geteutet, wenn ein Land hoch verschuldet ist, regiert nicht mehr Politik, sondern das Geld. Und das sind ja Banken. Haben wir hier in der Schweiz ein bisschen bessere Voraussetzungen? Das heisst, das Modell Schweiz, um Exportschlagen zu machen, wäre ja bei der Schuldenbremse geeignete Grössenordnung. Schuldenbremse ist natürlich auch sehr ein Instrument, das ihn einschränkt, der als Staat natürlich nicht möglich ermöglicht, grosse Investitionen zu tätigen. Wenn man in einem Staat ein bisschen grössere Infrastrukturprojekte finanzieren muss, oder ähnliche Finanzierungsmöglichkeiten hat, ist es schwieriger, das zu machen mit einer Schuldenbremse. Aber ich kann das natürlich anwenden, um die Politik ein wenig zu dämpfen, im Geldausgabungs-Demo daran hindern, mehr Geld auszugleichen zu haben. Also ein Fehler muss ich manchmal sagen, ist ein bisschen resistentiv, und wir sollten auch gut das nicht. Obwohl die Möglichkeiten ein bisschen anpassen können anwenden. Sie haben ja einen Parteikollege in Österreich, Herrn Häupel von der Stadt Wien, oder? Ich habe dort daran gewohnt und habe das immer toll gefunden wie der Häupel. Ich sage ihm immer das Geld zum Feist rausrührt. Es hat immer einer, der unten das aufliest und dann die Stadt schön renoviert. Also er hat aus Wien eine wunderschöne Stadt gemacht, indem er einfach systemkonform Schulden gemacht hat. Wir sind ja in einem Schuldgeldsystem, das weiss ich aus der Wirtschaftstheorie, dass eigentlich die SPI das Richtige macht, indem sie schaut, dass eigentlich das Geld unter das Volk kommt. Ist das in der Schweiz kein Thema? Es ist auch ein Thema. Gerade in den Negativzinsen bekommt der Staat sogar noch Geld, wenn er investieren würde. Und die Möglichkeiten, die wir jetzt zur Zeit haben, sollte der Staat mehr nutzen, gerade im Klimabereich, mehr zu investieren. Wir haben als SPI, als unsere Partei, einen Klima-Marschallplan vorgeschlagen, wo wir 12 Milliarden Franken direkt in die Klimaschutzmassnahmen investieren wollen, damit wir den ökologischen Umwohn von unserer Gesellschaft, vom Staat und der Wirtschaft voranbringen können, damit wir weniger CO2 investieren. Ich glaube, es wäre jetzt eine Zeit und jetzt gibt es die Möglichkeit, mit den tiefen Zinsen, sogar mit Negativzinsen, zu investieren. Und daher macht Wien natürlich viel richtig. Genau. Also Wien ist eine wunderschöne Stadt geworden, unter dem Herr Häuperl, unter der SP-Führung, oder, aus den Sozialisten. Deutschland sagt man ja, dort verkommt langsam alles, oder? Also die Strassen werden nicht mehr repariert, es wird zu viel. Aber auch immer bremsen, zu wenig ausgeben. Es gibt dort auch einen Politiker, der schätze ich sehr, den Herr, da kommt man gerade den Namen nicht ins Sinn, da tun wir dann nachher noch dazu. Der Herr Fassbeck, rein noch keiner Fassbeck, der sagt auch immer, hört auf, endlich mit dem Sparen gehen doch das Geld lieber raus. Das wäre doch eine politische Botschaft und nicht das, ich höre jetzt überall das CO2-Thema. Alle reden einander das CO2-Thema als oberste Priorität an. Ich nehme es so wahr, also aus der Erfahrung von Herrn Häuperl, Geld ausgeben, Schulden machen, also investieren in Infrastrukturen, renovieren von Gebäuden, das wäre doch ein Thema. Wieso ist das seit dem Wahlkampf überhaupt tabu? Es redet keiner über Banken, es redet keiner über das Geldsystem. Also im Ausland redet man über den kommenden Bankencrasch, wieso ist das da kein Thema? Wir haben in der Schweiz viermal im Jahr die Möglichkeit abzustimmen, wir können Initiativen vorbringen und wir reden sehr viel über das Geld und sehr viel über das Investieren. Darum kommt es vielleicht bei den Wahlen ein bisschen weniger zum Zug. Wir wissen, dass wir uns ja auch von Initiativen am Start haben für einen Vaterschaftsurlaub, den wir in der Schweiz bis jetzt nicht kennen. Und da haben wir jetzt das Parlament dazu bringen, ja zu sagen, immerhin zu zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, also dass wir jetzt das Parlament ein bisschen Geld ausgeben. Aber es ist natürlich ein grosses Thema, immer wieder, dass wir uns jetzt in das Publik investieren. Und wir haben in der Schweiz einen Fonds geschaffen, den wir jetzt öffnen, der mit der öffentlichen Verkehr, die Infrastruktur vom öffentlichen Verkehr, können jährlich finanzieren, die ausbauten. Und aber auch die Strasse, das ist natürlich auch in der Schweiz die Strasse ihre Fonds hat. Und so tut die Schweiz regelmässig, wenn sie die Fonds öffnen, tut sie investieren. Und ich glaube, das macht die Schweiz sehr viel für unsere Infrastrukturen. Aber das bräuchte natürlich, gerade eben im Klimaschutzbereich noch mehr. Also das Klimaschutzthema ist in allem Munde. Also ich habe das an einer anderen Veranstaltung von allen Parteien deckungsgleich wahrgenommen. Dort sind sie sich alle einig. Und sonst im Parlament hat es doch aber eine gewisse Gruppe, die das noch ein bisschen als Nebenschauplatz auf die Seite schieben wollen. Ich glaube, die SVP ist da nicht so der ganzen Meinung. Hat jetzt die SVP mehr Wissenschaftler, die nachweisen können, dass das CO2-Thema nicht so relevant ist für den menschengemäßigen Klimawandel? Es finden auch immer ihre Experten, wenn sie sie suchen und entsprechen, auch Fragen. Aber ich glaube, wenn man sieht, was man weltweit jetzt für Anstrengungen macht für das Klima. Schon beim Pariser Klimaabkommen, wo alle Staaten dann gesagt haben, es ist eine Priorität, wir müssen weltweit zuschauen, dass die Erderwärmung nicht höher wird, haben sich alle Staaten verpflichtet. und Amerika ist jetzt zur Zeit ein wenig ausgestiegen. Und dort haben sich alle Staaten vor der Welt in ein Klimaziel gestellt. Und jetzt auch mit dem Weltklimarat, mit IPCC, der regelmässig sehr viel wissenschaftliches Fleisch und Inhalte bringt. Und man sieht, das ist wirklich ein Thema, das müssen jetzt alle realisieren. Es gibt immer noch Leute in der Schweiz, die das abstreiten. Das ist ein Zusammenhang. Gibt es zwischen dem menschlichen Verhalten und dem Klima? Die kann man leider nicht ganz überzeugen. Aber es ist ja eine Mehrheit der Wissenschaft möglich. Eine überdrückende Mehrheit der Wissenschaft. Die Zukunft wird es weisen, ob das Klima jetzt vom Menschen gemacht ist oder von der Natur oder der Sonne. Bleiben wir mal beim Thema Banken. Die Schweiz ist ja der Bankenplatz schlechthin, oder? Und unsere zentrale Frage ist, kann man die Schweiz mit ihrem Bankensystem als Modell für den Rest der Welt mal irgendwo proklamieren? Jetzt, wo zwar alle vom kommenden Bankencrash reden, ja, nächstes Jahr, Sie kennen hier in Deutschland, gibt es sehr viele Schwarzmaler, Negativ-Propheten. Ist das in der Schweiz wirklich kein Thema? Bankenrettung oder Bankenrettung? Das war ein grosses Thema in der Schweiz. Wir haben zum Beispiel gedacht, dass wir zwei grossen Banken, die UBS, die Grossbanken, die UBS mit 60 Milliarden Steuergeldern retten mussten. Also dort musste plötzlich die Politik eingreifen, der Staat musste mit einer grossen Banken zu Hilfe eilen, wie es so viel ging. Und dort haben wir aufgrund dieser Krise in der Schweiz gelehrt, wir haben entsprechende Vorschriften gemacht, Regulierungen verschärft, dass Banken mehr Eigenmittel haben müssen, damit sie möglichst nicht mehr in diese Problemzonen hineinschlittern. Und wir leben jetzt in so einer wirtschaftlich, volkswirtschaftlich einmaligen Situation mit den Negativzinsen, mit einer Situation, in der sehr viele Staaten Schulden gemacht haben, wo jetzt Banken auch aufs Österste gefordert sind. Ich glaube, das wird eine grosse Herausforderung sein, die man so einfach nicht voraussehen kann, wie es in Zukunft wird. Herr Markus Krall ist ja ein Bankenprüf-Experten und ein Stresstest-Test-Vorgeber. Er prophezeit ja nächstes Jahr einen grossen Bankencash. Glauben Sie das nicht, oder glauben Sie, dass die Vorsichtsmassnahmen mit dieser höheren Eigenkapitalquote die Banken retten? Ich hoffe, dass die Tests so gemacht werden, ob die sicher sind oder genug sind, wie unsere Finma, die Finanzmarktbehörde in der Schweiz, dass die ausreichend sind. Aufgrund der Finanzkrise hat man die Finma in der Schweiz auch höher dotiert. Und die haben auch mehr Mitarbeitende bekommen. Und entsprechend auch die, die man strenger herrschaut. Ich weiss von Leuten, die sagen, die Regulierungen sind jetzt stark von der Finma-Macht. Aber ich glaube, es ist richtig, dass hier der Staat herrschaut und der Fingertuch rett, damit die Banken mit unserer Sparnisse richtig herrschaut. Weil sie eben in das Schweizer System hineinziehen. Also wenn es eine solche Grossbank oder etwas gibt, dann haben wir ein Problem. Gibt es in der SP Ideen, was machen wir, wenn es tatsächlich das too big to fail, also wenn es kein Thema mehr ist? Also es ist irgendwann mal vielleicht das Thema, dass es vielleicht noch eine Nationalbank gibt. in der SP eine Überlegung oder ein Szenarium vorhanden. Wenn wir die Banken retten müssten, dann geben wir halt noch mal 60 Milliarden aus. Das machen wir, das ziehen wir durch. Oder wir haben eh keine Wahl. Es gibt auch für unsere Spezialistinnen und Spezialistinnen ganz viele Überlegungen, was man machen kann. Wir diskutieren in der Schweiz jetzt auch über unsere PostFinance, die ehemalige Finanzdienstleistungs- also immer noch eine Finanzdienstleistungs- AG von der Schweizerischen Post, die man jetzt privatisiert hat. Ob man der speziellen Finanzhaus, der der Banklizenz gerne, die das Finanzinstitut neu im Markt auftreten kann, also wo es sehr stark ist in der Schweiz, dass sie auch eine Bank sein kann, wie es eigentlich auch eine Bank ist. Das ist die Diskussion, die wir zurzeit aktuellst führen, wo das Parlament auch Entscheidungen treffen muss. Und die anderen Situationen werden beobachtet, zum Bankenplatz als solches. Und wir sind immer zu stellen, darum geht die Regulierungen und Schwächungen zu verschärfen. Die Einlagenschutz verbessert, das Geld von den Leuten sollte sicherer sein. Genau. Also eine PostFinance ist ja mal staatlich gewesen. Könnte man doch sagen, die wird dann wieder eine staatliche Institution zusammen mit der Nationalbank? Könnte man fast sagen, also dann machen wir halt wieder verstaatlichte PostFinance zu einem Finanzinstrument. Also jetzt ist sie eine aktienrechtliche, private AG, natürlich im Besitz des Staates, wo entsprechend am Markt geführt wird. Aber es ist eine Idee von der SP, dass man eine PostFinance eine Klimabank umbauen könnte, die dann eine solche Infrastruktur Ankläge hat, finanzieren, Infrastruktur geboten wird, finanzieren und so weiter. Ich glaube, SP ist ja immer eine Organisation oder eine politische Richtung gewesen, die geheissen hat, der Staat macht das. Der Staat schaut für Gesundheit, er schaut für das Bankenwesen, er schaut für die soziale Absicherung und im Rentenfall ist das eigentlich kein Thema. Sogenannte bessere Staatsversorgung. Das ist definitiv ein grosses Thema. Gibt das? Mit der Digitalisierung gibt es die Fragen, die sich neu stellen müssen. Wir stimmen jetzt gerade darüber ab, hoffentlich über die elektronische Identität, wo die Parlaments beschlossen hat, dass es Private machen können. Also unsere Identität, unsere elektronische Ideen auszustellen, weil wir jetzt schon passen oder so weit, sollen Private machen können. Ehrlich eine originäre Staatsaufgabe, die wir nach uns, nach der SP nicht privatisieren, aber jetzt, das Experiment hat es beschlossen, wir sollten es privatisieren können. Wir unterstützen das Referendum und hoffen natürlich, dass das Volk nicht mehr korrigieren wird. Und in der ganzen Digitalisierung gibt es ja neue Monopolbereiche, in denen man sich zurückfragen kann, sind das nicht originäre Staatsaufgaben, weil sich schon irgendein Unternehmen in einem Monopol ausnisten kann. Und das ist sicher in Zukunft noch eine grössere Frage, oder die letzte Frage, bei welcher Verstatten kommt, ist es bei den Krankenkassen. In der Schweiz ist die Krankenkassen, wo wir ja am liebsten gesuche, dass es eine Einheitskrankkasse geben würde, damit wir den künstlichen Wettbewerb, wo wir in der Schweiz mit dem machen können. Gut, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Bargeldabschaffung. Es ist nirgends erwähnt worden, in den Wahlkämpfthemen, wo ich dabei sein könnte. Vielleicht habe ich das versäumt. Aber wieso redet kein Mensch über die Bargeldabschaffung der Banken? Also das Bankenthema ist ja nicht von der Politik gefördert. Die Politik würde das Bargeld abschaffen. Wir haben in der Schweiz gerade neue Noten bekommen. 100er-Note. 1.000er. 1.000er ist gerade frisch im Umlauf. In diesem Fall sprechen wir über das neue Geld, das bestehende Geld, das nicht klare Geld. Aber ich weiss von Schweden, wo sehr viel, fast nicht mehr mit Bargeld bezahlt wird, wo man eigentlich auch immer noch mit Kreditkarten bezahlt. Das sind sicher Diskussionen, die sich jetzt weiterentwickeln werden, wenn man merkt, dass die Leute weniger Geld brauchen. In der Schweiz ist auch viel Geld gesunken. Und die ganze Diskussion über das Geldsystem werden wir überlaufen führen. Das ist eine Diskussion, die vielleicht in diesem Fall einfach weniger zum Zug kommt, aber vielleicht immer wieder auf der Gegenstand ist der Vorstand. Und sehen Sie schon eine Perspektive, wenn Sie dem Ausland das Baargeld abschaffen, dann portet das Ausland Schweizer Franken? Das wäre eine Möglichkeit. Wir sehen aber auch dort, das ist ein wenig zurückgegangen in den letzten Jahren. Die Schweizer Franken ist auch nicht mehr die Fluchtwährung, wie es war. Aber natürlich, die Schweiz hat immer noch sehr viel Kapital aus dem Land. Und wie gesagt, das ist das generelle Schweizer Modell als Exportschlager. Die Schweiz ist ja in die EU. Es gibt Leute, die sagen, wir kommen ja nicht in die EU, wir würden lieber in die Schweiz gehen. Das wäre doch eine Perspektive. Das wäre natürlich eine Perspektive, aber ich glaube, es kann sich nur noch reinstehen, weil die Schweiz kann sich das rausnehmen, was sich die Schweiz rausgenommen hat. Und das System, das man auch so sagen kann, ermöglichen, mit unseren Handelsverträgen in alle Richtungen, die wir haben, die wir versuchen, den Handel zu fördern. zugunsten der Schweizer Wirtschaft, die ja von Exporten angewiesen ist, haben jetzt so die Franken verdienen wir im Ausland und folglich sind sehr viele Arbeitsplätze mit dem verbunden. Also ich glaube, für die Schweiz geht das, weil wir eine kleine, lautoffenige Volkswirtschaft sind, aber für grössere Länder oder für Bund wäre es natürlich ein wenig schwierig. Sehr schön. Herr Wüthrich, besten Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und Ihr Nationalratssitz, könnte ich mir vorstellen, ist sicher noch gesichert. Ich hoffe, jetzt weiss ich überhaupt. Bitte. Danke.